Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Thumbnau Gaming und heute spielen wir mal wieder Lego Star Wars, wie ihr schon sehen könnt. So, und wir müssen gerade hier irgendwas tun, ich bin gerade vollkommen aus dem... So, ja. An, dass sie alle in meiner Dings laufen. Ja, die Wände bewegen sich wieder. Gebt doch jetzt mal... Ach Junge, das hat ja 100 Jahre. So... Ja, endlich, glaube ich. Ja, jetzt kann ich, glaube ich, nichts machen, ne? Bauen. Oh. Genau. Ja. 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 Wir müssen jetzt nach da. Ne, doch nicht. Wir müssen hier runter. Ah, jetzt zeigt er mir den Weg. Perfekt. Können wir hier mal alles mitnehmen noch ein bisschen. Ja, hat sich an den Weg genommen. So. Zack. Und er ist tot. Hallo. Jetzt. Um... Endlich, ey. Das hat ja gerade nicht 100 Jahre gedauert. Ich laufe jetzt einfach weiter, ist mir jetzt egal. Was gibt es dazu? Ja, das gibt es. Aber dazu müssen wir... Okay. Verbinden. Ja. Geschafft. Ja. 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 Jetzt mache ich alles hier kaputt machen. Was soll ich denn jetzt machen? Verlassen. Nee. Geh zurück. So. Level starten. Ja. 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 Leute, ich bin gerade so ein bisschen ruhig. Hä? Okay. Let's go. Es lebt. Es lebt. Es lebt. Ja. 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 Na, jetzt rennen sie alle weg, ah ja. Okay, weiche Orden. Der Auflösetür, wow, da war ich gerade in der Explosion drin. Inschnecht. Ja. Mann, ich war schon wieder in den Dings drin. So. Okay, weiter. So. Ah ja, jetzt hat er irgendwie so ein Ding da oben. Ich dachte, ich würde den Dingsdorf trotzdem aufgeben. Jetzt geht down. Perfekt. Perfekt. So. 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 Ja, ich habe draufgehauen. Ich habe draufgehauen. Okay, ich habe draufgehauen. Ja, ich habe draufgehauen. So. So. Ach, jetzt sind da wieder 100. So, ja, wow. So, jetzt ziehe ich das hier einmal an. So, also wofür brauche ich das? So, aha. So. So. Jetzt muss die das noch anziehen. So, jetzt stirb doch mal. Wow. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Egal Leute, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Solver vorbei, der ist unten in der Videobeschrankung verlinkt. Habt ihr zu einem traumhaften Tag. Haut rein Leute. Ciao, ciao.